Moin sinds YouTubes und herzlich Willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit Strecke Nr. 28 Wollen wir diese doch auch mal auf Gold zocken? Gold schaffen wir locker, komm Das sieht da so aus mit dem roten Ding, so muss ich voll aufpassen, voll konzentriert, voll aufpassen Ich bin richtig kritisch mal wieder Oh mein Gott Alter Schwede, das ist nicht wahr, ey Am besten am Anfang gar nicht lenken, mal gucken, wie bringt das mehr Ich drifte immer ein bisschen nach rechts, aber hat funktioniert Alter nein, ey Das ist ja mal richtig schwierig, den ersten Drifter direkt hinzukriegen Das ist mega schwierig Ich drifte schon wieder ein bisschen zur falschen Seite hinweg Oh mein Gott Wie schwierig ist das denn bitte, das darf doch nicht wahr sein Und das ist erst die weiße Strecke, ja, das sind erst die weißen Ich krieg's jetzt schon nicht hin Wieder gegen den Rand Fahr trotzdem mal weiter Mal gucken, was da noch so kommt Vielleicht krieg ich Gold hier sogar noch Wuuuja Alter Schwede Bock gegen den nächsten Stein, jawoll Nein, viel zu weit Nein, geht, 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 geht Ah, verdammt, wieder gegen den Slender, aber ist egal Wie gesagt, wir fahren einfach mal Gold direkt hinterher Wir kriegen Gold, denk Glaub ich noch sogar Wir haben Gold sogar wieder eingeholt, aber Problem ist jetzt das Lieder hier, äh Energy off, oh kacke Ja, genau Auf einmal driftet der komplett weg Wie assi war das denn bitte? Ist ja aber mega assi Jawohl, nirgends wogegen, nirgends wogegen, oder? Jetzt aber wogegen Aber egal Wir sind immerhin noch hinter der Goldmedaille Immer noch hinter der Goldmedaille, jawoll Verdammt, das ist wirklich mein Spoilerrad weggegangen Ja, da hat man Spoilerrad abgemacht Nicht, nicht, alter Alles klar Alles klar Nochmal Herausforderung Gold Das darf nicht wahr sein, was war das denn bitte? Die Looping am Ende fickt uns nochmal so richtig Jedes Mal, ey Jedes Mal einfach Nein, wieder oben gegen, das gibt's nicht, ey Da bin ich halt viel besser mit dem, mit den anderen beiden, aber ich glaube Ich komme da auf jeden Fall dran Ich bin da jetzt gegrindet, ey, verarschen Proheb rüber Ich komme auf jeden Fall besser, ich schaffe meine Zeit halt besser Aber halt nicht Die Zeit meines, meines, äh, des Goldenes Verbessern Muss auf jeden Fall eine bessere Zeit für Gold drin sein Da muss auf jeden Fall Gold drin sein, sonst Also ohne Gold gehe ich hier nicht weg Das habe ich mir zwar nicht als Ziel für alle Strecken gesetzt, aber ich habe mir das schon mal für diese, diese weiße Reihe muss komplett Gold sein auf jeden Fall Also die weiße Reihe muss komplett Gold sein Und ich glaube die danach eigentlich auch noch, aber Ich weiß es noch nicht genau Jetzt werde ich wieder zu doll ragen bei der nächsten Alter Schwede, fucker Warte doch noch mal ein paar mal gegen die, gegen die Balustrade Vollidiot Ja, das wird ja auch so gut, dass man bei solchen Wallwights mal dagegen lenken muss, aber muss man hier gar nicht Und gegen das eine Ding gefahren, aber ist egal Ich bin noch vor Gold, ey, ich bin immer noch vor Gold, oder? Ich glaube ich bin echt immer noch vor Gold Nein, jetzt bin ich da so geglitten Das weiß ich nicht, da ist Gold Weil der hat uns eingeholt Schön gerade, schön gerade Und wieder, wieder das gleiche Warum macht der das immer? Das war so stylisch, was ich da getan habe, aber das war auch alles Ich verstehe nicht, warum er auf dem Looping immer zur Seite grindet Immer Ich muss eigentlich komplett gerade auf den Looping drauf schauen und dann am besten gar nicht lenken eigentlich, aber trotzdem Ja, so Wärts mit das jedes Mal Ah, wieder viel zu weit hinten, ey Nee, nicht jetzt schon wieder vergessen Obwohl Gold ist, könnte noch drin sein Man sieht ja die Goldmedaille da rumfliegen, alles klar Alles klar Weiß ich Bescheid Komm, gib ihm Rap Alter, jetzt rift ich komplett ab Was ist das für eine Strecke? Ich rage jetzt schon ein bisschen Und das ist eine weiße Strecke, das darf nicht wahr sein Blöde, blöde Strecke Das war jetzt perfekt, das war auch gut Ja, das war eigentlich, so war das optimal Jetzt keinen Blödsinn machen, jetzt keinen Blödsinn machen Einfach ganz normal gerade auf den Looping drauf zu fahren Und jetzt am besten nichts mehr drücken Und ich drifte wieder weg, drifte wieder weg Aber ich hab's, ich hab die Goldmedaille immerhin Aber ich bin wieder weggedriftet Richtig dumm Platz 82 und kein Trackmaster Ach man, oh Ich will die eigentlich nicht nochmal spielen Aber wir fahren sie nochmal Wir fahren sie einfach nochmal, was soll's 3, 2, 1 Nur fast 2 Sekunden, ne Eine Sekunde und 57, hundertstel Sind wir besser gewesen als Gold Warum fahren wir jetzt gegen die Goldmedaille und nicht gegen meinen Geist? Na egal, immer noch ein Bug von gerade oder so Ja, ne, ich schaff die nicht besser Ich geb's auf, kein Bock mehr auf die Strecke An dieser Stelle sage ich dann auch wieder Danke fürs Zuschauen Lasst eine kleine Bewertung da, wenn's euch gefallen hat Und schaut auf den nächsten Mal wieder rein bei Trackmania Turbo Ciao, ciao